Sie haben auf einen abgebrannten Las Vegas Entertainer geschossen, Sie Idiot. Sie haben eine Kugel verschwendet, weil sie dachten, sie würden irgendeinen Spion treffen und haben nur den Typen angeschossen, der sich hier reingemogelt hat, weil er nicht wichtig genug gewesen ist, um wirklich in dieser Lage zu sein. Sebastian dreht gerade einen Kreis um den Schwung. Das ist Eddie Diamond, Sir, das ist Eddie Diamond. Ich stehe auf Eddie Diamond. Bevor er etwas sagen kann, versuche ich ihn zu küssen. Und dann Wurf dafür. Du kannst ausweichen. Nein, der hat die Initiative und damit steht hier keine. Du ahnst auch gar nicht, was ich für Reflexe habe. Wir sind jetzt hier, da hört die Strahlung auf, dann kommen wir unter den... Also ich bringe euch bis zum äußeren Ring sozusagen ins Diner, wie gesagt, und zeige euch da, wo ihr den Puppenspieler findet. Wenn diese Hexilexi Hand noch lebt und dieser Wanderfels ist ja anscheinend Ghoulfutter, dann wird sie wahrscheinlich auch dort irgendwo abgestiegen sein. Jeder kennt den Puppenspieler. Sucht das Otaku. Das ist entweder da oder da. Da. Da, die Richtung lang. Der wird euch helfen und vielleicht war eure Hand dort auch und dann findet ihr die Wohnung. Sagen Sie, Sie haben doch, Sie sind ja als Ghoulforscher. Nehmen wir mal an, ist das so infektiös? Was meinen Sie denn jetzt? Diese ganze Ghoul-Erkrankungsgeschichte. Solange Sie nicht mit einem in die Kiste steigen und sich an ihm reiben, sollten Sie eigentlich sicher sein. Ist alles, alles okay. Wenn jemand aus der gleichen Tasse trinken würde? Wie meinen Sie denn das jetzt? Nur? Hat nicht der Typ aus ihrer Tasse getrunken? Was weiß denn ich, wir sind vorhin alle knietief in Ghoulen gestanden. Das Otaku ist ein großes... Das ist mir bekannt vorhin. ...Gebäude. Unten würdet ihr sagen, war das mal so eine Art Spielhalle. Irgendwann merkst du, diese Figur ist aber sehr, sehr gut gearbeitet und das ist dann... Wataaa! Dieser Typ. Ihr habt den Puppenspieler gefunden. Also, Eddie und seine Freunde, wie kann euch der gute Alter, die nur helfen? Jonathan Ilgrim, ehemaliger Vizepräsident, mittlerweile wieder Präsident der Vereinigten Staaten der USA. Ist Snyder abgesetzt? Halleluja! Nein, 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 Snyder ist nicht abgesetzt. Noch nicht. Nein. Ich war Präsident. Ist Präsident. Wir sind klar, der ist aufgewacht. Wow, Moment! Puh, keine Ahnung was ihr redet, aber... Ich hab auch nicht viel Zeit. Was wollt ihr? Ihr kommt zu mir, ihr wollt was. Ihr seid schon die, was weiß ich... Wow, Präsident! Das erklärt die Klamotte. Ihr gehört zu dieser, wo die Kleine herkommt, die hier so kurze blonde Haare. Lexi? Wow! Lexi! Lexi! Sexy Lexi! Ja, die hast du gesehen? Die war hier natürlich. Alle kommen zum Puppenspieler. Wann war sie hier? Was wollte sie? Na, was wollte sie? Jeder will was. Jeder will was und ich bekomme was und ich gebe was. In dem Fall wollte sie etwas wissen über die große Nadel da in der Mitte und hat mir dafür was dagelassen. Was hat sie dir da gelassen? Na, ein Fetzen mit Zahlen und Buchstaben. Können wir den mal sehen? Den könnt ihr ertauschen. Also ich hätte folgendes Vorschlag zu machen. Wir geben dir diesen unsympathischen Grobmotoriker und du gibst uns dafür den Zettel. Ihr meint den Roboter? Den Handy? Den da. Warum tauschen wir nicht eine Kugel gegen den Zettel? Bug, 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 bug. Eine Kugel? Ihr wollt mich erschießen? Nein, nein. Wow, das ist, damit habe ich noch nie gerechnet. Ich meine, ich bin so ewig in diesem Business. Tauschen und Handeln und Drogen, ewig drin. Aber ich habe noch nie gerechnet, dass jemand in mein Domizil kommt und mir mit dem Tod droht. Dann hätte ich dann nämlich alle meine kleinen Freunde hier mit Sprengstoff ausgestattet. Aber sowas würde ich nicht machen. Andy, wie du gerade ja erfahren hast, kommen wir aus einer anderen Zeit. Was er damit meinte. Entschuldigung, ich bin gerade beim böses Starren. Entschuldigung, er sprengt sich selbst mit in die Luft. Ja, wenn ich eine Kugel würde, ist das real. Glaubst du, das könnte ich mit der Luft spreche? Und niemand wird in die Luft gesprengt. Der Zettel ist vielleicht mehr wert. Wer meint denn eigentlich Munition? Ja, Munition. Ja, natürlich. Wer wäre eine Möglichkeit? Also ich meinte eine Kugel ins Hirn. Berg! Was ist, Andy, nur wenn ich dir sage, du gibst uns diesen tollen... Vergiss, Berg, in diesem Moment. Du gibst uns diesen unglaublich tollen Zettel mit Zahlen und Zeichen, die du wahrscheinlich eh nicht verstehst, gegen einen exklusiven Song, live gesungen von Eddie Diamond. Da habe ich keine Idee. Warte, warte, warte. Überlegst du dir, es ist ein spitzen Refrain drin. Eddie Diamond. Wir können auch ein Wett singen. Also. Ich singe selber ganz gerne, Eddie. Eddie und Lasseter. Doktor. Hast du Verhandeln? Nein. Macht nichts, du hast ja talentiert. Ich bin ja sehr talentiert. Hau mal auf Charisma, unter Charisma. Ein Präsident muss nicht charismatisch sein. Ich feier Vize. Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mr. Diamond, würden Sie sowas tun? Ich würde sowas natürlich tun. Hier legen wir's drauf. Ich habe diesen Zettel. Project Sinking Ship. Kann wenigstens damit anfangen. Check ich euch. Check ich euch. Aber. Wird jetzt nicht gesungen. Ich hab, natürlich wird gesungen. Denn. Ich habe noch einen Audiolog. Was weiß ich. Und eine kleine goldene Karte. Alles von dieser Hand. Auch aus eurem. Keine Ahnung wo ihr herkommt. Wollt. Hm. Keine Ahnung wo ihr herkommt. Den Song. Nur den Song. Ey. Den Song. Den verdammten Song. Ja. Ja. Da mussten wir aber auch ein bisschen helfen mit deinen Poppen und deiner Lichtshow. Das funktioniert natürlich. Ja. Was singt ihr denn? Vielleicht stimmen wir mit ein. Lasseter. Und was? Ich weiß nicht Lasseter. Ich kann alles singen. Hm. Du wirst. Du wirst. Wenn du schon mitmachst. Suchen sie sich was aus. Diamond. Das ist mir. Es ist eine große Ehre. Mir auch. Mir auch man. Und. Und. Mr. President. Wenn ihr dafür sorgt, dass Snyder aus seinem Äventum fliegt. John. Vielleicht sollte ich. Das kriegen wir hin. Vielleicht eine Eigenkomposition. Die. In Sachen Komplexität des Textes. Hau einfach rein. Hau einfach rein. Hau einfach rein. What? 1, 2, 3. Nino. Ist du mit mir ins? Kino. Kino. Nino. Oh ja. Bist du mit mir ins? Kino. Kino. Adio. Das ist nicht dein Name. Dein Name ist Nino. Kino. Let's do something. Dankeschön. Unglaublich. End of time live. Ich dachte, Geister können nicht singen. Wahnsinn. Gut gemacht hast du doch. Das ist eine Platte, aber besser. Gut. Autotune. Ich hätte dann gerne das Audiolog. Oh ja. Selbstverständlich. Das hat Miss Hunt mitgenommen. Ganz kurz. Habt ihr was zum Abspielen dann? Wir haben noch den Blechkasten. Vielen Dank. Blechkasten verletzt meine inneren Schaltkreise, Sir. Ja. Er spuckt das alte Audiolog aus und gibt das neue. Audiolog 4552 wird gestartet. Ist das zu fassen, oder? Diese verfluchten Shitzaugen. Mark, ist das Ding aus? Aus, ja? Gut. John, ich mach einen Drink. Wie sieht's bei dir aus? Hast du das ernst gemeint? Also die Sache mit dem Kopf? John, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine nie etwas ernst. Dann schindest du weiter Zeit? Hab ich eine Wahl? Willst du ihnen Kanada durchgehen lassen? Ist doch nur Kanada. Was willst du den Leuten da draußen sagen? Was soll ich denn sagen? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Die Lodge ist fertig, richtig? Seattle, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mit Burke gesprochen. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wo ist Burke eigentlich? So viel ich weiß, hat er sich schon zurückgezogen. Er ist also auch dafür. Wann sollen wir das tun? Jetzt und hier. Einer muss den Anfang machen. Jonathan. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich mach es. Du? Jetzt und hier, bevor sie überhaupt merken, wie ihnen geschieht. Jetzt und hier? Gib mir deinen Schlüssel. Ich mach es. Der Schlüssel. Gott, möge uns vergeben. Wir sehen uns in der Lodge, John. Mr. Rich, sie sollten auch besser gehen. Ich brauche einen Moment für dich. Abgesehen davon, dass ihr beide einen echt guten Musikgeschmack habt. Was zum Teufel. Okay, okay. Spuck's aus, Präsidentenbürschchen. Mein Freund. Achten Sie bitte darauf, wie Sie mit dem Präsidenten reden. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Ihr bedrückt euch jetzt. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir. Entweder wir. Gehen drauf. Oder die Schlitzer. Sie müssen sich nicht rechtfertigen und schon gar nicht vor einem Schmalspur-Entertainer. Ich habe dem Präsidenten die Entscheidung abgenommen. Wer hat nur diese Möglichkeit? Nur weil er die Eier dazu hat. Das ist aber eine Entscheidung, die Ihnen ganz schön unbequem ist. Dass Sie sich so hinstellen, als wären Sie der große Märtyrer. Er hat relativ einfach gesagt. Das kommt aus dem Mund eines billigen Las Vegas-Entertainers. Der auf Platte scheinbar besser klingt als in echt. Erheblich. Ja, es war immer das Ausführungsprotokoll-Wort. Nicht wahr? Übrigens, diese Hexy-Land, die hat gesagt, dass... Sexy-Hand. Bitte? Sexy-Lexy. Sie hat gesagt, dass das Ding, deshalb hat es mir gegeben, nichts wert ist. Weil dieses eine Passwort, das müsste eigentlich aus Zahlen bestehen. Das ist so geschwärzt. Und sie hat zwei Dinge geändert. Zwei Dinge geändert, die nur sie weiß. Und deshalb hat sie es mir abgegeben. Und ich kann damit auch nichts anfangen. Aber hey, man kann es umtauschen. Zum Beispiel gegen einen Song von fucking Eddie Diamond. Eine Song von Eddie Diamond, ja. Glückwunsch. Verzeihung. Keine Songs mehr. Knallen Sie ihn ab, Berg. Sonst alles in Ordnung mit Ihnen? Alles gut. Freunde. Freunde. Enttäuscht. Was soll schon passieren? Freunde. Ich glaube. Ich glaube. Der Typ hat den Sprengstoff hier gar nicht. Von dem er die ganze Zeit labert. Berg. Ich glaube, er bleibt. Berg. Das hört sich an. Das ist ein scheiß Kugelschreis. Das ist kein Kugelschreis. Wie wäre es, wenn Sie zur Abwechslung jetzt etwas... Können wir es vielleicht so mal? Ich warte schon mal draußen und... Ihr wartet alle draußen. Okay. Von mir aus können Sie auf den Mond warten. Ich sage, Herr Bluffnummer. Danke für Ihre Hilfe. Gibt es sonst irgendwas, was Sie... Berg. Berg. Gottes Namen. Einmal. Der hat euch beraten damals? Kein Wunder. Ich sag mal. Boom. Warum? Ohne Sie würden wir ja nicht hier sprechen. Wir haben die Welt vor den Schlitzaugen gedettet. Oh ja. Oh ja. What da? Okay. Vielleicht spricht er schon Chinesisch. Aber das tut nichts zur Sache. Ja. Herr Nino, vielen, vielen Dank. Puppenspieler. Gibt es sonst was, was wir noch wissen müssen? Ja. Wenn ihr wirklich vorhabt, diesen Weltraumlift zu nutzen und da hoch zu gehen, da heißt es, ihr müsst an Snyder vorbei. Und das würde mir hier unten, der mit da oben nichts zu tun hat, wirklich helfen. Bedeutet, wenn ihr dafür sorgt, dass Snyder seine Präsidentschaft aufgibt, sozusagen, kriegt ihr den Kram, den ich noch hier hab und, äh, äh, ich hab ne kleine Bitte. Wer immer von euch ins Weltall geht, muss einen kleinen Schatz mit hochnehmen. Die einzige kulturelle Errungenschaft dieser Versager, die sich Menschheit nennt. Gott, ich will das gar nicht wissen. Das wäre eine Trafalgar-Lore-Actionfigur aus dem Jahre 2015, original verpackt. Die muss einfach zu besseren Welten, die kann nicht hier bleiben. Mr. Money wird die. Fantastisch. Äh, Diamond. Aber Mr. Money stimmt schon auch. Ja. Gut drauf auffassen, original verpackt. Okay. Wenn wir das für Sie machen, wenn wir Snyder erledigen, ähm, haben Sie noch A-Ausrüstung für uns? Ja, natürlich. Und gibt es ein Foto von Snyder? Äh, nein. So ein Kerl, Brille, blonde, seltsame Haare, weißer Anzug. Präsident. Wohnt da, wo ihr hinwollt. Ihr werdet ihn ja kennen. Na gut. Ist er stark bewacht? Er hat so ein paar Typen und der hat, glaube ich, so ein Power-Suit. Also von daher vorsichtig. Aber, aber, ich kann euch meinen alten Pip-Boy 300, hier. Ein Pip-Boy. Dankeschön. Wenn ihr damit umgehen könnt. Die Herdrichtung braucht einer mit Gehirn. Genau. Wenn ihr damit umgehen könnt, könnt ihr vielleicht damit ein Hacking-Device starten. Sie sind zu nachsichtig. Und? Na ja, den Shoot irgendwie hacken oder vielleicht selbst kontrollieren. Was man so hört, hat Snyder ein Problem mit Inverted-Steuerung sozusagen. Also wenn ihr die umkehrt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber mehr kann ich euch tatsächlich nicht mitgeben. Doch, Schutzwesten habe ich noch. Schutzwesten. Sehr gut. Alles klar. Waffen-Munition? Ja, mit Schusswaffen habe ich nicht so. Ich habe ein Samurai-Schwert. Ist das denn besser als meine... Ja, das ist besser. Verweigte jemand meine immer noch im Kopf das Ghoul steckende Axt? Hat jemand schon eine Nahkampf-Waffe? Ich nehme es. Ich nehme es. Börk, hast du nicht schon eine Nahkampf-Waffe? Nein, ich habe noch keine. Dann kriegst du die Axt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so viel bringt. Gibt es vielleicht noch Trockenfutter für den Hund? Ach, der ist ja goldig. Ja. Das ist ein Pops. Oder ich sing nochmal. Ich weiß nicht, ob Lassiter das so aushalten kann. Was ist denn mit ihm hier? Brauchen Sie irgendwas? Sie sehen so ein bisschen in sich gekehrt aus. Wachmacher, Muntermacher? Mir geht es gut. Haben Sie Mementats noch ein paar? Mementats, Massenware. Wenn ich hier dann mit dem Schneider, dann ein bisschen so ein... Kein Ding. Der gute Mann kriegt Mementats, der gute Mann will Mementats, der gute Mann kriegt Mementats. Haben wir noch Geld? Habt ihr noch Geld? Wir haben die ganzen Kronkorken an der... Kronkork, den Kronkorken kann keiner handeln. Hier eine kleine Box Mementats, alles gut. Geht das aufs Haus? Ihr sorgt dafür, dass Schneider abtritt und ich bin euer bester Freund. Und wenn ihr dann den Stern, hier den kleinen jungen Mann mitnehmt, Halleluja. Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ich nehme mal schnell eins, damit ich auch verstehe, wie es mit dem Pip-Boy ist. Nino, nein. Bestatten Sie uns kurz den Weg, bitte. Wir sind hier, äußerer Ring. Das ist alles ziemlich überflutet. Da ist die Nadel. Und hier in der Ecke irgendwo wollte diese Hand hin. Das ist noch ein ziemlich intaktes Wohnviertel. Wir müssen auf jeden Fall... Wo sind wir? Was ist los? Wo? Was? Wir sollten uns die Bude von Lexi anschauen. Ja. Und was ist das? Braucht nämlich die Passwörter, nicht wahr? Und dieses Gebäude? Das ist eine alte Kirsche. Gibt es da irgendwas Interessantes? Ja, da herrscht der Graf, aber das ist nicht weiter wichtig. Der Graf? Ja, Graf Mikael. Aber mit dem habe ich meine eigenen kleinen Bankenkriege. Nicht weiter wichtig. Gut, Nino, wir danken dir. Ich sage mal, alles Gute. Vata. Oder wie das heißt. Und denk dran, wenn du das Ganze mitgeschnitten hast. Mir stehen 25% davon zu. Aber sehr schnell. Das wäre eine saugute Tausende. Das wäre mir ein Vergnügen. Eddie Diamond. So, wir verlassen das Gebäude. Ja. Würde ich sagen. Wie bist denn du mit der Überzeugung so? Redest du ganz gut? Ich bin gut im Überzeugen. Ja, ja. Wirklich? Ich würde sagen, ich bin überzeugender als er hier. Ach ja. Mir wäre es doch ganz... Weil Lasseter ja eigentlich auch großer Fan von Eddie Diamond ist, wäre es mir ganz recht, wenn du mal mit Lasseter über sein doch relativ aufdringliches Drogenproblem ergeben könntest. Das kann ich natürlich machen. Mach dir unterwegs. Mach dir. Chill halt mal. Kurz, stopp. Bevor du mit ihm redest. Was ist denn mein Drogenproblem, wie du das nennst jetzt? Wir wollen hier ins All. Alles easy. Echt? Wir lassen noch ein bisschen. Schöner Blitz. Raumstation auf die Erde. Ist alles gut? Das ist noch ein bisschen hier. Das ist wirklich ein richtiges Tod. Völliges Desaster. In der Tat. Aber... Also pass mal auf. Lasseter, 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 pass mal auf. Mein guter alter Kollege Johnny Snow hatte genau das gleiche Problem. Und was bei dem geholfen hat, mehr von dem Zeug nehmen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Jetzt müsste ich doch die ganze Zeit. Also... Die Straße... Ich habe uns von Schlitzaugen gerettet. Gehen wir Richtung Hand? Hand. Die Straße selbst ist gesäumt von Ruinen hauptsächlich. Auch hier alles mit einer feinen Decke aus Ascheschnee. Mittlerweile scheint es zu dunkeln. Jedenfalls, was die Wolkendecke so zulässt, ist der Tag am Ende. Und ihr spürt langsam mal sicher auch, dass die Kräfte ein wenig zehren. Aber hin und wieder erscheint noch Licht. Sogar Feuer in manchen Häusern. Und der Kater, der ihr habt nach, erreicht ihr tatsächlich ein zweistöckiges Wohnhaus der Vororte. Wo anscheinend Lexi Hand Runterschlupf gefunden hat. Dieses betritt hier ohne Probleme. Denn die Tür ist längst aus den Angeln gehoben. Und die Bude sieht dementsprechend aus. Erstens 200 Jahre keine Pflege. Oder 100 Jahre. Das letzte Mal waren sie vor 100 Jahren da. Und zweitens hat hier jemand gesucht. Eindeutig gesucht. Und zwar die komplette Wohnung ab. Nach was sucht ihr? Ich schaue mir mal die Regale an. Die Regale. Bitte mal einen Suchwurf. 51. Ja, das klingt gut. Die Regale sind umgeworfen. Du musst die Rückendecke raushebeln. Und siehst, sie war eine große Bücherliebhaberin. Viele Bücher durcheinander zerrissen, aufgerissen. Aber jemand, der das angestellt hat, hat nicht gesehen, dass eine Buchreihe aus genau sechs Büchern mit den Klappen aneinander geleimt ist. Das Ding ist doch ein Fake. Einmal Suck Life von A. Unterberg. Der perfekte Run von Ubermeyer und Faes. Dann Hart ist ihr Hobby von Jay Fletcher. Wir haben geliebte Gurken, eine kleine Gemüsesucht für Zuhause von A.P. Eschke. Wir haben mein Leben als Stuntman von F.Riskant. Und aus dem Tagebuch einen seelosen Flaschenöffner von F.Hydro. Diese Dinger sind mit Leim aneinander geklebt. Guter Geschmack. Habt ihr schon mal Hart ist ihr Hobby gelesen? Auf Mentats? Wer nicht. Das ganze Ding sieht aus wie ein Fake. Obwohl das alles Klassiker sind, kann mal jemand, der grobmotorisch veranlagt ist, das auch machen. Wenn man die ersten Buchstaben der Nachnamen aneinanderreite, gibt es das Matufjav. Okay, ich bin nicht so der hellste. Sehr gut, John. Sehr gut. Wir sind der erste Präsident, der das zugibt. Vizepräsident. So. Präsident. Okay. Bitte? Dürfte ich öffnen? Reißen Sie mal auf, Berg. Die Bücher sind ganz normale Bücher. Ja. Aber die Buchungen sind wie gesagt an hinein klebt. Da drin ist nichts, kein Ausschnitt, kein Dings, nichts. Das ganze ist kein Geheimfach? Nein, kein Geheimfach. Hm. Ich hab doch vorhin diesen Zettel bekommen. Was stand denn da eigentlich genau drauf? Wir haben das ja nicht genau erörtert. Da habt ihr ja alle wild diskutiert. Von Nilo. Was für eine Sachen, die ich mir gegeben habe. Der Doktor darf einen intelligenten Spurf machen. Der Doktor fühlt sich gerade super intelligent. Ja. Und es ist unglaublich, was gerade bei deinen kleinen Träger. Die Neuronen feuern. 62. Nein, nein. 26. 26. 26. Siehste. Die meinte ich gar nicht. Ich kann nicht mal zwei Zahlen zusammenzählen, aber... Lasseter. Alles gut. Verknüpft. Moment mal. Was für eine Information hatten wir aus Ihrem Tagebuch? Moment mal. Was waren da für Zahlen drauf? Waren das nicht sechs? Was müssen wir da setzen? Passwort und Authentifizierungscode. Da stand doch in dem Bericht... Der Doktor hat das Ding nie gesehen. Der Nilo hat es erzählt, dass sie die als Passwort ausgetauscht haben. Ja, aber die Zahlen selber hat er. Börg, du hattest doch diesen Kassenzettel, den ich dir vorgegeben habe. Ja, ja. Den möchte ich gerne. Habe ich wieder geworfen. Börg. Ich habe ihn wirklich weggeworfen. Börg. Ich habe ihn wirklich weggeworfen. Börg. Börg. Gib mir den Zettel. Ich habe ihn wirklich weggeworfen. Hier steht, dass er das Authentifizierungscode auf einen Audiolog gespeichert hat. Und das ist hier schon immer ein großer Fan von Eddie Daimler. Wir müssen hier zusehen, dass wir irgendeinen Audiolog von mir finden. Diesen Audiolog, den ich habe, habe ich den in der Tasche? Das war der. Das war der. Ich hätte trotzdem... Wir haben keinen Audiolog, oder? Hat jemand einen Audiolog? Nein, der muss hier in der Wohnung sein. Okay. Ich hätte trotzdem... Ich hätte auch einen Intelligenzwurf, um so einen Geistesblitz zu kriegen, wo der Audiolog versteckt ist. Also, der Intelligenzwurf, den du jetzt hattest, sagt dir auf jeden Fall, Audiolog und Bücher sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Und es fehlt, es fehlen zwei Dinge. Eins ist in den Büchern versteckt, eins im Audiolog. Gibt es auch irgendwo ein Segar mit Schallplatten oder sonst was? Ja, genau. Man kann mal ein bisschen suchen. Ich würde das gerne... Ich suche mal, ja. 41 ist doch mal ein Erfolg. Nicht ganz so, ja. Du wühlst tatsächlich durch alte Schallplatten und die Frau hat nur Eddie Diamond Dinge. Die ganze Zeit Eddie Diamond Dinge. Ja, Audiologs, kleine Kassetten, Schallplatten. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber... Und dann findest du eins, wo abgeklebt mit Farbenkleber und ein rotes X drauf ist. Dann würde ich sagen, Sebastian, spiel das Ding doch mal ab. Selbstverständlich ist es gerne, Sir. Es wird mir eine große Ehre sein, einen Eddie Diamond Lock abzuspielen. 15. Entschuldigung, ich muss noch nach vorne. 15. Und er ist der Leipzig, Mr. Eddie Diamond. 1 2 2 3 5 Danke, 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 ihr seid großartig und es ist großartig wieder hier zu sein, meine Band, Ladies and Gentlemen, Damn und seine Rodeo-Gorillas. Großartig, was passiert in der Welt? Mal rausgeschaut, ich sag euch meine Freunde, der kalte Krieg hat gerade mächtig aufgerührt. Ich kann ja nicht mal mehr ein Reisgericht bestellen, ohne als Stadzwein zu gärten, oder? Danke, danke, das FBI lauscht auf, sobald ich meinen Job Sui bestelle. Wer hier vorn weiß, wovon ich spreche, schön, dass Sie da sind, Sir. Aber ganz im Ernst, Freunde, ein guter Freund von mir arbeitet im Weißen Haus. Er meint, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, den Kinamännern eine Ladung Raketen zu schicken. Ich sage, das können wir einfach haben. Ich fahre seit einer Woche den neuen Core Vega Z4, ein wunderbares Auto, aber wenn ich damit in Hongkong mal im falschen Gang anfahre, jage ich die Stadt in die Luft, wenn ihr versteht, was ich meine. Danke, Leute, ihr seid großartig. Darum widme ich euch und dieser Stadt meinen ersten Song dieses Abends. Das war ein ganz großartiges Konzern mit dem Abend. Hat der Blecher einmal mitgezählt, was da für Zahlen genannt worden sind? Ich hoffe doch stark, Sebastian. Es war auf jeden Fall eine Aufnahme über eine Aufnahme. Selbstverständlich, Sir, habe ich mitgezählt. 15, 2, 4, 9, 16, Sir. Eindeutig nicht eine Aufnahme von Mr. Johnny Diamond. Die Stimme war Mr. Lionel Wanderfels. Bleibt noch die Frage nach dem Passwort. Börk, ich hätte immer noch gerne den Zettel, den du weggeschmissen hast. Ich habe den Zettel weggeschmissen. Börk, es ist, aber, äh... Börk, weißt du, der Blechkarsten kann die Schnitzel wieder zusammensetzen, wenn ihr sie vorstellt? Den meine ich nicht. Wir haben den kleinen bekommen von der Hinnung. Vielleicht können wir nochmal unter zwei Augen sprechen. Ja, ich begleite Börk schnell ins Badezimmer. Halt die Hand vor dem Mund. Zu spät! Verzögert Lässe hinterlagt. Hallo, ich bin doch voll auf Droge. Ja, aber auf Intelligenzdroge eigentlich. Börk, was ist dein Präsident? What the fuck, wo ist der Zettel? Was ist denn los? Ich habe den Code auswendig gelernt und den Zettel vernichtet. Warum? Dumm. Na, damit er nicht in die falschen Hände fallen. Du hast alles, was da drauf ist, auswendig gelernt. Na klar, also den Code. Und der Rest? Der Rest ist ihm ja unwichtig. Fließ doch nochmal auf Eddie Diamond. Börk, ähm, Börk, wenn du mich jetzt verarscht, als dein Freund, Penispartner und Präsident, sage ich dir jetzt, raus mit der Wahrheit. Ich habe nicht, ich habe nicht viel Überzeugungskraft wahrscheinlich, oh Gott, ich bin doch mal Hürfel. Ich, ne, ich, sag's einfach. Wenn du mich nochmal küsst, dann sage ich dir die Wahrheit. Okay. Küssten Sie den Börk schon. Ja. Kommt's außerhalb des Schlafens, das fadet ihr, was schläft man. Ja, okay. Würfel mal auf geistige Stabilität. Die war ja vorher schon nicht so hoch. Oh, oh, mhm. Ja. Ja, der ist innig. Okay. Oh ja, so. Das ist ja, ja. Also, Börk, raus mit der Info. Danke. Ach, guck mal einer rein. So, ich, ich kann's nicht lesen. Aber ich habe den Code tatsächlich gelernt. Da steht Project Sync and Ship, Startprotokoll 1077, Sicherheitsprüfung Alpha, ERM-Prüfung, bla 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 bla, Authentifizierungscode. Da steht irgendwas mit Audiolog, also daher, aus dem Audiolog der Code ist der Outcode und das Passwort ist das, was ich auswendig gelernt habe und der Rest ist nur scheiße. Also hätte ich ihn auch wirklich nicht wegschmeißen können. Was steht beim Passwort? Also, beim Passwort, da steht der Code, den ich auswendig gelernt habe. Oder? Und da steht Buchreihe. Ach, das, das zählt ja nicht. Das muss ja nicht jeder machen. Und das sind Zahlen, und zwar sechs Zahlen. Ja. 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 Ihr seid gar nicht da. Danke, Herr Mensch. Wir knutschen im Badezimmer. Ich bin doch auf Intelligenzdroge. Ja, du bist voll auf Intelligenzdroge. Bring doch mal die Zahlen zu Dr. Intelligenzdroge. Jetzt sagt der Lester, was ist mit diesem Buchzeug? Ganz kurz, ich, sicher ist sicher. Ach, das ist ein Code. Wow. Solange wir noch im Badezimmer sind, John, wir sollten den Code für uns sein. Momentan scheint die Farben heller, die Bräuchern sind. Mir geht's super. Perk. Ja, mit dem Zettel, Berk. Wir sind im Badezimmer. Er hört euch super gut. Was? Wieso hört er uns? Berk hat mir viel durchgemacht. Nein, er hört es auch besser. Hört er die ganze Zeit schon zu? Perception. Dieses Ferkel? Der hat eh schon gehört, was du gesagt hast. Weißt du, dass sie sehen so aus, als würde ihnen gleich was einfallen. Wenn mir Berk mal den Zettel gibt. Wenn mir das oder dem Platz gleich eine Adre im Kopf. Gib mir den. Bleiben sie doch einfach, was eingefallen ist. Berk, Zettel. Auch die Zahlen. Die Zahlen, Berk. Die sind unvernünftig. Ja, dafür habe ich mit Zunge gemacht. Sechs Zahlen, sechs Bücher. Jede Zahl steht für ein Buch. Guter Punkt. Touché. Es könnte sein, dass wir die Buchstaben zählen müssen. Ich warte auf die Eingebung. Vielleicht solltest du die Buchstaben zählen. Mach es doch einfach. Mach es doch einfach. Du bist der Intelligente. Du hast 80, ich habe keine Ahnung, 70 von. Also ich unterstreiche mal die, hoffentlich klappt das jetzt, die über den Zahlen, die hier angegeben sind. Erstes Buch, die Nummer sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist I. Bin ich auf der richtigen Spur, bevor ich mich jetzt im Deppen mache. Ich bin zu spät. Man hört ein Ja, es könnte aber auch ein Crack-Junkie von der Straße gewinnen sein. In, die zwölf. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, zwölf. Oh. Ino. Ino-Kerl. Voll spannend. Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, zwölf. Ino-K... Das korrekte Wort ist ricklechne. Ich, ich, ich. Ino-Kerl. Das geht schief, ne? Nein, das geht nicht schief, ne? Nein, das geht nicht schief. Lästhetter macht nicht weiter, das Passwort ist ino-Kler. Bitte? Das Passwort ist ino-Kler, Lästhetter, das ist ein Wort aus meiner Vergangenheit. Ino-Kler. Ja, das Passwort ist ino-Kler. Das war doch klar. Natürlich ist es. Als Lexi und ich jung waren und ich sexuell anderweitig orientiert, hatten wir immer unseren Spaß. Und es gab diese Stellung, die haben wir ino-Kler genannt. Junge. Wissen Sie, dass Sie für die Politik vollkommen ungeeignet sind, wenn Sie so viel erzählen? Dafür habe ich mehr Körperflüssigkeiten verloren als jeder Mensch auf dieser Erde. Auf, Lexi. So. Wir haben das Passwort. Nicht schlecht, ino-Kler. Na dann. Ich habe meinen Job gemacht. Und wo geben wir das ganze Zeug jetzt ein? Diese ganze Lexi-Story ist mir neu. Sexy. Wir müssen noch zu Space Needle jetzt, oder? Ja. Würde ich sagen. Machen wir uns auf den Weg. War das vor oder nachdem wir sechs Monate zusammen einen einzelhaften Ruf erst ruiniert? Es war nicht einzelhaft, da waren Kriegsgefangene. Bitte. Was? Wollen wir losziehen oder gibt es da noch irgendwas, was wir nachsehen sollten? Nein, ihr solltet losziehen. Dann ziehen wir doch mal los zur Space Needle. Gut. Ja, die Space Needle, ehemaliges Wahrzeichen. Für die Weltausstellung gebaut und für die Allgemeinheit als lustiges Restaurant und Touristenattraktion hergehalten war in Wirklichkeit das Geheimprojekt. Das war der Weltraumlift, der gebaut unter eurer Aufsicht und verschiedenen Experten darauf wartet, dass die orbitale Station tatsächlich so in die richtige Richtung fliegt, dass der kleine Kohlefaserfaden hochgezogen wird und mit der Kraft von Nuklear das Ding in die Luft geschossen wird. Und Nukular, das Wort heißt Nukular. Und oben erwartet hoffentlich auf der Mondbasis Selene 2 ein neues Leben für die Elite der Menschheit. Die Elite der Menschheit, die sich gegenseitig anschießt. Das ist das wenigste, was wir verdient haben, wenn es so anschießend wäre. Ich habe da oben auf dem Turm mal einen Gig spielen sollen und dann haben sie aber plötzlich gesagt, das wäre alles viel zu viel mit den vielen Fans und das wäre statisch ein Sicherheitsrisiko. Stell sich raus, es ist nur ein Regierungsprojekt gewesen. Verdammt. Ach, Diamond. Tiefschwarze, strahlende Nacht, ein sattes Grün hängt über den Wolken im Himmel und der strahlt fast schon romantisch. Und ihr nähert euch, ihr merkt irgendwie die Luft ist hier anders zu atmen, sie ist besser tatsächlich ein bisschen. Ihr nähert euch durch die kaputten Straßen, links und rechts könnten Bewegungen sein, aber ihr habt ein klares Ziel, es ist diese große Nadel und die erreicht ihr auch unbehelligt. Große Nadel, Herr Sitter. Herr Sitter hat jetzt mittlerweile verdammt hohe Perception und Intelligenz und darf mal auf beide würfeln. Ganz kurz. Das ist 40, sauber und noch einen bitte auf Intelligenz. Unleiblich. 31. Dir kommt alles logisch und klar vor. Klar, logisch, das hätte man von vornherein erfahren können. Gut, mein Gott. Mann, wieso trägt Berg diese Handschuhe? Boah! Weil sie cool aussehen. Weil es kalt ist? Nein, es ist verdammt warm, obwohl Nacht und Schnee. Weil er da unter ein Ghul ist. Alter, ehrlich, ehrlich. Lässe der Bleiplätze stehen. Lässe der Rest los. Komm, wir müssen weiter. Teil. Berg. Was? Ziehen Sie mal Ihre Handschuhe aus. Bitte? Die Handschuhe. Ziehen Sie Ihre Hose aus, dann ziehe ich vielleicht meine Handschuhe aus. Ich habe zuerst gefragt. Das ist ein beschissenes Argument für jemanden, der voll ist mit Intelligenzdrogen. Deswegen habe ich ja zuerst gefragt. Also runter mit den Handschuhen. Ich sehe gar nicht ein. Wieso richten Sie jetzt auf Kommando meine Handschuhe ausziehen? Wer sind Sie denn? Sind Sie der Präsident? Wahrscheinlich nicht. Berg, Mr. President. Sie sind Entertainer. Wie gut können Sie schon schießen? Sie traf ich. Ich habe den Verdacht, dass Ihr Sicherheitsberater qualifiziert ist. Ich bin qualifizierungs-Experte. Ich bin voller Intelligenzdrogen. Du bist ein qualifizierungs-Experte. Und ich habe eine mentale Verbindung zu einem mysteriösen Game Master. Entschuldigung, der Mann ist ein Junkie und kann ich mein Nukular richtig buchstabieren? Lasseter, eins muss ich Ihnen lassen, Sie sind verdammt normal auf Drogen. Und deswegen, Berg, ziehe die Handschuhe aus. Also bitte. Das ist ja lächerlich. Berg. John, Sie wissen, wenn Sie wollen, dass ich mich ausziehe, tue ich das normalerweise. Aber nicht, weil dem Pfeifer das gesagt hat. Er hätte die Größe auszuziehen, wenn er seine Handschuhe auszieht. Es gab bereits zu viel Fleischliches heute. Berg, ziehe einfach die Handschuhe aus. Bitte. Berg, bitte. Ah, Gott. Da drunter ist Anfang Stadion. Die Kryo-Stasis hat tatsächlich geholfen. Lächelig. Meine Haut ist ein bisschen schrubbelig von dem ganzen Kryo-Zeug. Man sieht Blasenwerfen und der Experte würde sofort sagen, das kann sich weiterentwickeln, wenn der nicht wieder in die Kryo geht. Der Junkie. Man muss sich ja gar nicht vorstellen, wie die Zunge aussieht. Oh. Also Ihr medizinischer Berater rate ich davon ab, Berg mit auf die Raumstation zu nehmen. Berg, Berg, Berg. Seit wann gibt der Druggie Befehle? Hat das mit der Sache zu tun, dass du irgendwie früher schon in Kryo... Nee, später. Entschuldigung. Du im Kryo-Schlaf warst oder sonst irgendwas. Entschuldigung, John, in dem Audiolog vorhin hast du selbst davon gesprochen, dass ich schon in den Kryo-Schlaf gegangen bin. Alle Informationen sind ja schon bekannt. Dass ich aus dem Kryo-Schlaf erwache, wenn ich nicht mehr ganz so viel weiß wie augenscheinlich du, Mr. Ghul. Bitte. Es ist überhaupt nicht verifiziert, dass das Anzeichen von Kulifizierung sind. Es könnte ja sonst was sein. Lebra. Wie kannst du das? Irgendwas ganz Normales. Da muss ich jetzt selber passen. Normalerweise, Sir, durch Verstrahlung vielleicht, durch die Arbeit, wenn ich einen Vorschlag füfft, ein Schuss zerfetzt, Sebastian. Ich nehme hier nochmal eins, ne? Ich nehme jetzt alle. Die Zeit verläuft für dich unglaublich langsam. Er brennt an der Hose, er hat einen Hund am Bein. Bester auf sein, jeder halbeste. Berg, um ehrlich zu sein, schieß einfach. Ich habe genügend Scheiße gebaut. Ich wollte die Welt nicht ins Chaos stürzen. Ich wollte nicht so viel Körperflüssigkeiten auf Lexi verlieren. Schieß. Bester, Eddie Diamond, seine größte Show auf den PowerSuit. Meise. Return to Sender, Mr. President.